der ein oder andere von euch kennt das mit sicherheit auch naja jetzt eure synology so grundsätzlich erstmal eingerichtet das funktioniert auch schon so weit ihr habt jetzt schon zugriff auf das dsm und ihr habt auch schon so das eine andere paket installiert ja und es passt auch so weit alle schon die herausforderung war ja zuerst einmal wie komme ich mit meinem computer auf die synology so das habt ihr erst einmal gelöst wie gesagt aber es gibt natürlich in der synology noch viel viel mehr sachen zu entdecken ja nicht nur so zu entdecken in anführungsstrichen sondern es gibt natürlich auch dort viel viel mehr sachen die man einstellen muss das hängt immer davon ab was ich denn mit meinem system vorhabe wenn ich zum beispiel nur ja ich sag mal ganz klassisch das system als backup system nutze ja dann muss ich mir halt eben die entsprechende pakete installieren wie zum beispiel active backup oder vielleicht auch das drive je nachdem was ich denn da sichern möchte und vor allen dingen wie ich das ganze sichern möchte ja oder wenn ich dann zum beispiel unterwegs bin und ich möchte auf meine daten zugreifen auch dafür gibt es dann verschiedene lösungsansätze dazu muss dann erst der externe zugang einmal konfiguriert werden dann brauche ich die passenden pakete die müssen entsprechend eingerichtet werden dann sollte ich bei der gelegenheit natürlich auch das thema sicherheit das sollte ich natürlich nicht vernachlässigen ganz wichtig denn ich sag mal gerade dann wenn meine synology zum beispiel von außen erreichbar ist ja dann kann natürlich nicht nur ich sie erreichen ich als benutzer oder als besitzer dann können natürlich auch die bösen menschen also die verbrecher und die hacker die das jeden tag machen können das system natürlich auch erreichen und deswegen gilt es natürlich da auch einige grundregeln zu beachten beziehungsweise ja die sicherheit im system soweit zu erhöhen damit das für die fremden leute sozusagen deutlich schwieriger wird oder vielleicht sogar wenn es möglich ist natürlich unmöglich wird so jetzt ist natürlich so ein synology system nicht mal eben in ein zwei stunden fertig eingerichtet das geht überhaupt nicht das dauert viel viel länger und aus dem grunde habe ich hier diesen zehn stündigen fast zehn stündigen kurs für euch eingerichtet wo wir tatsächlich ja ich sag mal von beginn an einmal starten wie wird das system so grundsätzlich eingerichtet was sind so die ersten schritte die ich tun muss nur was sind zum beispiel die gemeinsamen ordner die freigaben die benutzergruppen berechtigungen und diese dinge und so eine kleine ordnerstruktur dass ich mir die erst einmal aufbaue das sind natürlich alle so themen die wir hier im ersten teil sage ich mal ganz einfach behandeln werden anschließend gehen wir mal tiefer rein und gucken mal ja unter die haube das heißt also wir gucken mal genau in die systemsteuerung hinein was man denn alles in der systemsteuerung einstellen muss oder beziehungsweise was man also einstellen kann aber ich sag mal was man also einstellen kann ja brauchen wir vielleicht nicht alles unbedingt aber ich sag mal die wichtigen dinge die wirklich eingestellt werden sollten oder worauf ihr tatsächlich achten solltet das werde ich euch hier in diesem kurs natürlich auch zeigen ja und nachdem wir uns sage ich mal so ein bisschen mit den ja grundlagen ich nenne es mal einfach so grundlagen wobei wir müssen das vielleicht mal auf so sagen erweiterte grundlagen nachdem wir diese erweiterten grundlagen hat eben hier ich sag mal eingerichtet haben und das system grundsätzlich funktioniert kümmern wir uns um den externen zugang das heißt wenn ihr unterwegs seid wollt ihr vielleicht auch auf die daten zugreifen da gibt es ja auch die diversen möglichkeiten quick connect dünn dds oder auch vielleicht halt eben über https je nachdem ich zeige euch da genau welche optionen es da gibt und ihr könnt dann für euch selbst entscheiden welche dieser option hat eben für euch das beste ist das könnte natürlich dann frei entscheiden so und dann wenn das alles soweit funktioniert ja dann sind wir schon relativ weit in dem kurs fortgeschritten dann schauen wir uns natürlich auch an wie was es denn noch alles für pakete gibt ja die ich auch so im tagesgeschäft benutzen kann wie zum beispiel office oder drive oder die fotos wir werfen dann natürlich auch mal einen blick drauf und gucken mal wie wir das ganze hat geben zusätzlich mit einrichten können ja genau so und das ist halt eben so sag ich mal die grundlage von diesem kurs natürlich ist in diesem kurs noch viel viel mehr drin und ich gehe auch detail ganz detailliert auf die einzelnen punkte ein ihr könnt ja mal ganz einfach hier unten in dieser kursbeschreibung einfach mal rein gucken da findet ihr ja sämtliche inhalte sämtliche lektionen und sämtliche kapitel und da gibt es auch in der regel immer irgendwo ein kleines vorschau video damit ihr ungefähr wisst was euch in diesem kapitel her warten wird okay so also wie gesagt das ist hier der dsm 7 kompendium kurs und ja der kurs geht wie fast zehn stunden aber es ist natürlich nicht nötig dass du diesen kurs sagt man am stück zehn stunden lang am stück direkt an einem streifen durchführst das würde ich dir auch nicht empfehlen macht zwischendurch ruhig mal eine pause gönn dir mal eine pause und macht das wirklich stufenweise kapitel weise von mir aus ganz einfach so wie du halt eben in deinem lerntempo am besten ja klar kommst du hast ja jederzeit die gelegenheit die hier noch mal wieder in den kurs einzuloggen du hast hier so lange zugest so lange dieser kurs existiert oder besser gesagt ja solange du hier ein konto hast kannst du dich natürlich wenn du den kurs einmal gebucht dass jederzeit wieder auf den kurs aufschalten und kann es genau an der stelle weitermachen wo du gerade aufgehört hast bzw wenn du sagst okay ich muss das noch mal wiederholen ich habe das nicht so ganz verstanden kannst du es natürlich auch jederzeit wiederholen ja und in der zukunft wenn du den kurs einmal durch hast keine sorge dieser kurs ist dynamisch das heißt also wenn sich irgendwo etwas gravierendes ändert dann bekommst du das hier auch natürlich mit weil ich werde das dann in diesem kurs hier auch veröffentlichen ja und somit hast du halt eben immer ein ganz aktuelles nachschlagewerk also auch für die zukunft wenn du später mal sagst du ich muss jetzt mal vielleicht das fotos einrichten oder ich möchte jetzt mal ein backup einrichten oder ich möchte jetzt von mir aus nach drei vier fünf monaten möchte ich gerne jetzt mal endlich den externen zugriff einrichten mit dem zertifikaten und diese dinge ja kannst du jederzeit noch mal in den kurs hinein gucken kannst du mal schauen wie das ganze funktioniert und das dann für dich selber auch entsprechend einrichten so ich denke mal das sollte erst einmal an einführung reichen wie gesagt schau dir unten noch mal die beschreibung ganz genau an und wenn du jetzt möchtest dann buch den kurs und dann folgt mir jetzt mal bitte gleich in die erste lektion